Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben ein paar neue Karten, ein paar neue 16-Bit-Heroes und wir haben meine Squad-Battle-Belohnungen. Dazu ist natürlich auch, wer meinen Instagram- oder Twitter-Account verfolgt, sind auch die Meisterhelden von morgen schon geleakt. Auch auf die werfen wir einen kurzen Blick, gehen wir morgen noch genauer drauf ein, aber die schauen wir uns kurz an und wir hoffen, dass die Belohnungen da sind. Da gab es ein kleines Update von EA, haben geschrieben, sie bitten um Geduld, sie arbeiten am Problem. Das ist jetzt auch schon 36 Stunden her oder sowas, dass das Problem aufgetreten ist, wer es mitbekommen hat. Es gab im Hood Champions konsolenweit, also egal ob Playstation oder Xbox, gab es für einige keine Belohnungen. Bei mir waren zwei Accounts betroffen, aber auch da gebe ich euch ein Update, wenn ich mehr weiß oder wenn die Belohnungen da sind, je nachdem, was zuerst passiert. Also los geht's in den neuen Content von heute. Fangen wir direkt an mit den 16-Bit-Heroes. Anfang macht hier vom SC Bern, der 6. Nascade, Kaspar Stocke-Warsch. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 96 Kilo mit Funke oder Arbeitszieher, dazu Gladiator. Wir haben hier die Scharfschütze und den präzisen Pass. Das muss ich sagen, mit Funke an bei 90, Beschleunigung, 88 Tempo, der Schuss von der Kraft der im hohen 90er-Bereich, Schlagschusspräzision bei 98. Also fast ein Kandidat, den im Powerplayer als Verteidiger spielen zu lassen. Hände sind im 90er-Bereich, sogar auch im hohen 90er-Bereich. Was mich wirklich abschreckt, dass die Stärke von Haus aus bei 66 ist. Geht dann auf 70 hoch, das ist so der einzige Abturner. Und ich muss sagen, das Defensivbewusstsein bei 76 ist halt auch extrem mies. Also ganz komisch verteilt, dafür Stickchecking bei 93. Also komisch verteilt, müsste man austesten, wenn der wirklich ist. Ich würde jetzt nicht aktiv suchen. Dann mal von den Vancouver Canucks und 86er Tyler Myers. Linker Verteidiger, 2,03 Meter groß, 104 Kilo mit Knipse oder Schlenzer. Dazu noch Hammerschuss, den Donnerschlag und Schläger hoch. Also das war der Goat im NHL, ich glaube 18 oder 19. Also wie der Chara letztes Jahr war, so war der damals in dem Spiel, war unstoppbar. Hier, klar, wir haben Abzüge in der Beschleunigung im Tempo, nur bei 87er, bei 2,03 Meter. Was mich hier wirklich aufstößt, ist eigentlich, dass der Schuss von einem Verteidiger von der blauen Linie, von der 86er Kalle nur bei 75 und 76 Genauigkeit ist. Die ging auch nur bei 78, da wäre hier Magie noch schön gewesen. Klar, Bodychecken, Defensivwerte alle im hohen Bereich braucht, beziehungsweise müssen gar nicht so hoch sein, weil er eh groß und schwer genug ist. Also wäre jetzt hier, keine Ahnung, Funke und Verteiler oder Funke und Flügelmann dabei, dass der auf 90 oder 92 Beschleunigung kommt, wäre richtig geil. Da können wir auch den schwachen Schuss verkraften, aber so auch keine unbedingt Empfehlung. Da gibt es dann deutlich bessere Kandidaten. Dann haben wir von den New York Islanders, den 86er Adam Pelech. Rechter Verteidiger, 1,91 groß, 98 Kilo mit Arbeitstier oder Buzzing. Dazu noch den Magier, der One-T und die Wildheit. Wildheit würde ich hier sogar versuchen anzumachen. Auch hier ist D-King extrem niedrig, ist nur bei 76, da ist der Magier gut, kommen wir zumindest auf 79. Was auch nicht wirklich toll ist vom Skaten her, auch zu langsam. Selbst mit Buzzingern sind wir bei 87 Tempo, mit Arbeitstier sind wir bei 88 Beschleunigung. Also auch keine Empfehlung. Da wäre mir schon fast der Meiers oder Lieber, weil er nochmal 10 cm größer und nochmal 100 Kilo schwerer ist, gefühlt. Also auch hier keine Empfehlung. Von den San Jose Sharks haben wir den 86er Mario Ferraro. Rechter Verteidiger, 1,80 groß, 84 Kilo mit Hammerschuss oder Knipser. Dazu noch Verteiler, Superstar-Fähigkeit, der präzise Pass und Shutdown seine Zonenfähigkeit. Die würde ich hier auch versuchen zu aktivieren. Also für 1,80 muss ich sagen, müsste er bei mir aus von Haus aus 90 Tempo haben. Hat er zwar dann mit dem Verteiler, aber da gibt es halt doch bessere. Also gerade wenn man jetzt Queen Hughes zum Beispiel anschaut, der 87 wäre mir auch hier lieber. Es ist nochmal zwei Zentimeter kleiner, aber nochmal um einiges flotter. Body Checking bei 87 ist zwar ganz gut, aber halt auch wieder Größe, Gewicht betrachtet. Geht sogar 90 hoch. Also eine gute Karte, aber auch hier, ich sage ehrlich, drei, vier Alternativen, die mir lieber wären. Dann haben wir von den Dallas Stars den 88er Joe Pavelski. Linker Flügelspieler, 1,80 groß, 88 Kilo mit Flügelmann oder Funke. Dazu noch den Zonenwirbler, den Nahkampf und präziser Pass. Nahkampf mit 1,80 auch keine Empfehlung. Präziser Pass ist zwar an sich gut, aber auch für sechs Punkte würde ich es hier nicht versuchen anzukriegen. Ich habe den bei mir bei den Lady Flames als Center spielen. Ja, mit dem Zonenwirbler kommt er doch auf 85 Bulli-Fähigkeit. An sich 88 Beschleunigung, 88 Tempo. Müsst ihr normal bei mir schon von Haus aus haben, dass er so dann auf mindestens 90 kommt. Auch hier Schuss im Schnitt bei 90 ist okay. Offensichtlich bewusst dann geht er auf 97. Das ist so das einzig Positiv. Also auch keine Empfehlung, diese Karte zu holen. Dann schauen wir uns an der X-Faktor-Karte an, die damit auch hier Upgrade bei ist von 86 auf 88. Genau. Upgrade auf 87 kostet 50.000 Münzen oder zwei Power-Projectibles. Damit kommt noch Arbeitstil dazu. Gut. Und der weitere Upgrade auf 88. Da geht dann nochmal die Beschleunigung des Tempo hoch. Kostet 50.000 Münzen oder zwei Power-Projectibles. Also zweimal das Gleiche. Damit kommt noch dann der Zonenwirbler dazu. Wäre mir nochmal lieber, weil es ja wie gesagt auf Tempo geht. Wäre schön, wenn jetzt hier das getrennt wäre. Wenn jetzt in einem einen Arbeitstier wäre, in einem anderen Tier hier Zonenwirbler. Dass man beides hochkriegt. Superstar-Fähigkeit hier noch freistellen. Ist dann magnetisch. Habe jetzt nicht so gemerkt, dass es wirklich was bringt. Also Upgrade empfehlenswert. Ja, aber eigentlich nicht. Weil da gibt es halt schon Basis 87er Karten, die man die beste sind wie der hier. Und ohne dass man irgendwie Power-Projectibles oder sonst was investieren muss. Auch hier Joe Pawelski leider keine Empfehlung. Dann haben wir von den Boston Bruins den 90er Patrice Bergeron. Ein Center, 1,85 groß, 88 Kilo mit Zonenwirbler oder Funke. Dazu noch Knipser. Wir haben hier schneller Pick und Blitzstart. Also der hat eh schon 96 am Face-Off. Also mit allem an ist oder mehr oder weniger bei 98. Beziehungsweise mit den beiden Sachen noch an. Nochmal ein besserer Center. Also für die Center-Position eine gute Karte. 91 Tempo kann man auch lassen. Ist auch nichts Schlimmes. Der Schuss im Schnitt bei 90. Auch okay. Offensiv muss dann bei 99 gehen nach plus 7 und hoch. Also gute Karte von Bersi. Und damit auch so eine X-Faktor-Karte upgradebar von 89 auf 90. Mal sehen, was das uns kosten würde. Upgrade kostet 65.000 Münzen oder drei Power-Projectibles. Damit kommt noch der Verteiler mit dazu. Und wir haben hier noch kein Wettkampf. Ja, für einen Punkt kann man das aktivieren. Das ist gerade einmal so die Lückenfüller. Entweder außer Korn als Vorbild oder kein Wettkampf. Die Lückenfüller. Was haben wir hier für Synergien? Haben wir hier was getrennt noch? Hier hat ja kein Zonenwirbler dabei. Vielleicht kommt das. Aber wenn der Zonenwirbler noch kommt, Dieb haben wir eh schon. Der ist eh schon bei 99 Face-Off. Also gute Karte. Upgrade empfehlenswert, weil das Beschleunigung des Tempo auch um 1 hoch geht. Wir sind bei 89 jeweils. Gute Karte und empfehlenswert. Abschlussmacht von Toronto Maple Leafs. Der 91er Brian Leach. Ein rechter Verteidiger. 1,85 groß. 86 Kilo mit Verteiler oder Arbeitstier. Wir haben hier Arbeitstier auch wieder lieber. Dazu noch den Hammerschuss. Wir haben den schnellen Pick und präziser Pass. Kann man eigentlich alles fast so ankriegen. Wobei hier eher beim Arbeitstier wäre, wie gesagt, dass die Beschleunigung hoch geht. Ich weiß nicht, warum der so schnell geworden ist. Gerade letztes Jahr war er, glaube ich, bei 84. So zu dem Zeitpunkt ungefähr. Also weiß nicht, warum der auf einmal so schnell ist. Nicht der größte. Schlagschusspräzisierung passt so. Bei 93. Also schon mal höher die Karte. Bodychecken geht damit auch hoch. Die Verteidigungswerte sind an sich recht hoch. Also gute Karte. Und damit auch seine New York Rangers Icon Karte upgradebar. Von 89 auf 91. Upgrade auf 90. Kostet sich 65.000 Münzen. Drei Power-Up Collectibles. Da kommt er noch mit dazu. Da kommt er noch mit dazu. Das Sehen, der Auge. Dann der weitere Upgrade. 70.000 Münzen oder drei Power-Up Collectibles. Damit haben wir noch den Flügelmann dazu. Haben wir noch was zweites, was auf Skaten geht? Nein, noch nicht. Also an sich gute Karte. Upgrade. Ich meine, er hat 91 Beschleunigung. Mir wäre es lieber gewesen, wo es noch aufs Tempo geht, dass er da auch bei 90 ungefähr ist. Aber an sich gute Karte. Und wer den Upgrade machen kann, wer diesen Brian Leach hat, kann ihn getrost machen und hat auf der rechten Verteidigungsseite gut ausgesorgt. Erstmal. Zumal der dann theoretisch zum 1. Februar auf 92 hochgeht. Und da haben wir dann auch wieder einen Anstieg. Naja, haben wir keinen Anstieg. Boah, die gehen jetzt halt jedes Mal um 1 hoch. Also muss ich zeigen, ob die dann auch Skating und Beschleunigung und Tempo um 1 hochgehen. Und mehr neue Karten haben wir heute gar nicht. Die sollen auch mal lieber das Problem mit den Hoodshamins-Belohnungen rauskriegen. Dann gehen wir direkt weiter zu meinen Elite 2 Squawb-Belohnungen. Saison 13 ist vorbei. Mal schauen, ob die zumindest funktionieren. Einmal müssen wir Münzen da haben. Ja, die sind zumindest da. Na, wenigstens das hat geklappt. Wir haben hier ein Jumbo NHL-Spieler-Pack. Wir haben hier ein Megapack und wir haben hier ein Jumbo Premium-Spieler-Pack. Ah, halt davon. Ah, wir fangen heute mal auf der anderen Seite an. Vielleicht bringt es irgendwas. Ja, wäre echt schön gewesen, dass auch die die Collectibles von den Hoodshams zu haben. Allein für die Upgrades. Allein für das Upgrade ist, wenn es morgen kommt, das morgen fertig wird. Schauen wir uns dann gleich im Anschluss hier an. Hat sogar Korpisalo, wenn er eine bessere... Normal wäre es echt geil, wenn so... Wenn eine bessere Karte von ihm draußen ist, dass man diese Basis-Kacke gar nicht mehr ziehen kann. Da müsste dann die die Plays oder hier nur noch verfügbar sein, nicht mehr diese Basis müsste. Okay, das war eigentlich das beste Pack hier, theoretisch, aber eben nur theoretisch. Wahrscheinlich war es sogar das beste. So, Megapack. Ich weiß nicht, ob man diese Trikot-Nummern jemals irgendwo braucht. Genau, so wie Silberspieler. Der Türkauf. Weil er jetzt ja auch so... Weil er, glaube ich, Verteiler und Raser hat oder sowas. Das ist so ein Mainstay bei jedem Team in der Vierten Reihe eine Zeit lang. Mit Brille. Weil ich mag ihn nicht gerade schon gehabt. Mit Brille. Okay. Kann man machen. Abschluss haben wir noch einen Jumbo-Premium-Pack. 20 Objekte, alles Goldspiele. Mindestens 85+. Also, wahrscheinlich 85. 383-Kronner. Das ist das Highlight, wow. Dafür spielst du 35 Spiele. Und 383-Kronner. Und 383-Schabot. Auch hier gibt es eine bessere Karte gerade. Oh. 373-Seitel. Also, Highlight. Ein 373-Seitel. Dann konnten die Lady Flames sie heute Morgen noch mit einem X-Faktor-Helden verstärken. Habe ich schon mal vorab aufgenommen. Deswegen gucken wir jetzt mal hier die Aufzählung an. War ein ganz guter, ganz guter Pull eigentlich. Z-Vervollständigen. 30 Tage gewartet. Habe echt überlegt, ob ich jetzt noch einen mache, den mir eh nicht leisten kann, was Collectibles angeht. Oder ob ich es einfach sein lasse. Aber es gibt noch den einen oder anderen verstärkt noch mal vorher ins Team geguckt, wen wir brauchen könnten. Hat dann gedacht, okay, passt danach. Point wäre vielleicht nicht schlecht. Da haben wir die Basis-Karl zumindest schon. Dass der Kyrie vielleicht mal raus kann, wäre auch nicht schlecht gewesen. Verteidiger sind wir eigentlich soweit gut, außer einen links schießenden Verteidiger. Da sind wir noch mit Basis-OEL drin. Und dann Tuck auf. Ryan O'Reilly, okay. Da haben wir eigentlich... Rubidou, okay. Ich will ja hier mal andere... Also beim Haupt-Account, deswegen... Den Aaron haben wir auch schon. Also beim Haupt-Account. Da haben wir... David Pasternak, okay. Haben wir die Basis-Karte. Und Kuchow haben wir sowieso schon bei den Ladies. Deswegen haben wir uns für... Recht schnell für David Pasternak entschieden. Das ist aktuell bei... Also noch vor der Basis-Karte auf jeden Fall. Weil mir die Power-Ups aus den Hood-Shermans-Pelonung empfehlen. Ja, das war der X-Faktor der Lady-Flames heute Morgen. Und dann sind ja heute Nachmittag schon die Meisterhelden für morgen geleakt worden. Wer meinen Twitter-Account verfolgt, wird es schon mitbekommen haben. Oder wer sonst irgendeinem Account folgt, wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Schauen wir uns auch mal natürlich an. Also hier auf meinen Twitter-Account. Auch natürlich Nitro ECW Gaming. Aber wenn man es hier kaum sieht. Auch hier sieht man es. Nitro ECW Gaming. Auch hier, da kommen die Videos immer hoch. Da werde ich immer versuchen, so Breaking News zu veröffentlichen. Und hier kam... Da habe ich meinen Namen ja schon irgendwann die neuen Meisterhelden bekannt gegeben. Anfang. Wie zu erwarten, auch mit dem gleichen Bild, das ich euch schon gezeigt habe, haben wir Matthew Basal. Müssen wir mit meiner Karte vergleichen, wie ich den ausgerichtet habe. Ob das wirklich so hinhaut. Synergien sind nice, weil er die silbernen Räder hat. Tape-to-Tape oder präziser Pass. Urgewalt, Schnapp-Schnapp und das Sehnen der Auge als Zonenfähigkeit. Synergien wissen wir nicht genau, was er hat. Aber auf jeden Fall schon mal Booming Short. Also Hammerschuss und Gladiatum dabei. Kann man bei 86 Bodychecken, aber auch so aktivieren. Also der wird auf jeden Fall nice sein. Andere Kollegen, die wir noch haben, ist der 94 Brand Burns. Ein bisschen größer. 94 Brand Burns. Geht nicht größer, gut. Ja gut, war klar. Ich muss sagen, bei den Style-Icons zwei von Senoset zu nehmen, ist halt auch ein bisschen übel hier. Aber zumindest bringt er Arbeitstier mit. Das heißt, er kommt auf 91 Beschleunigung. Schuss von der Kraft hier bei 99 ist auch recht gut. Die ging bei 93, auch nicht schlecht. Und ja klar, Defensivwerte sind alle im 090er-Bereich. Phase-Off kann er keine spielen. Aber also der auch eine sehr gute Karte hier. Wie gesagt, gucken wir uns morgen genauer an. Dann einen, wo ich gar nicht gedacht habe, von den Chippen-Chillings, wie heißen die Kollegen? Der erste ist Ryan Whitney. Rechter Verteidiger. Auch hier mit Arbeitstier. Arbeitstier, Zonenwirbler und Basing. Das heißt, der kommt auf 92 Beschleunigung und auf 93 Tempo. 6.3 ist 1,93 Meter. Und dann halt 90 Beschleunigung und 93 Tempo ist natürlich gut. Schuss von der Kraft her. Schlagschusskraft bei 99. Genauigkeit geht dann auch mit Synergien noch hoch. Wir haben hier Kreisel, wir haben hier Schläge hoch. Schick schon den One-Tee und den präzisen Pass als Superstar-Fähigkeit, als Zonen-Fähigkeit. Auch alle Werte im hohen 90er-Bereich. Also gerade für die rechte Verteidigerseite, wer da noch Bedarf hat, kann sich Ryan Whitney getrostend sein abstellen. Und der letzte ist jetzt der Podcast-Kollege von Ryan Whitney. Da haben wir nämlich den 94er Paul Bissonette. Rechter Flügelspieler. Klar, ist als Enforcer gelistet. Um die 1,90 groß. Was sagen wir, 93 Beschleunigung, 92 Tempo. Auch hier mit Busing, was wir schon wissen, kommen wir auch dann auf 93 Tempo. Schuss von der Kraft her bei 99. D-King, was ist das? 84. Na klar, da fehlt es ein bisschen, aber Magier ist dabei. Kommandat ist ein bisschen hoch. Checking wäre der alle bei 99. 99, 98. Auch Defensive wäre der ganz gut. Auch er kann keinen Center spielen. Gar kein so schlechte Karte für 1,90 und doch 93 Tempo und Ding. Also auch der ist interessant. Jetzt so nur gesehen auf die Schnelle gesehen, würde ich sagen. Platz 1 Basal. Dann Ryan Whitney, Bissonette und Brian Burns als auch Nummer 4. Rein von den gesehenen rechten Verteidiger, also die linke Seite. Wer da jetzt Fox hat. Ah, na gut, gibt es dann auch wieder Jones, Hamilton, Makar. Gut, der Makar ist ungefähr 2 Meter kleiner. Aber hier rein vom jetzigen Stand würde ich die mal so raten. Da auch morgen Details, wie es zu machen geht. Wird sich zwar nichts groß ändern zur jetzigen Woche. Aber wir können uns irgendwann frühestens morgen einen aussuchen. Und dann macht es natürlich schon Sinn, den richtigen zu wählen. Aktuell bin ich beim Segwin oder beim Price. Jetzt so meine Wahl, aber schauen wir uns morgen genauer an. Damit wäre immer vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like da lassen, abonnieren, auch bei Twitter vorbeischauen. Und wenn ihr öfters herkommt, auch hier gerne meine Videos liken, meinen Kanal liken. Und auch wenn es geht, auch bei Twitch einen Sub da lassen. Da freue ich mich auch. Prime Sub, alle Subs nehmen wir. Subway auch. Subway. Subway hat man ja vorgestern erst, aber nur am Rande. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sauber bleiben. Macht's gut. Und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.